Du bekommst in diesem Video meine Bundesliga-Tipps zum 26. Spieltag, unter anderem mit der Partie Bayern gegen Dortmund, das absolute Top-Spiel und für die 2. Bundesliga, auch hier haben wir wieder die Analyse-Tool-Tipps und meine Wetten. Du siehst es bereits, wir haben extrem viele Wetttipps für diesen Spieltag, für die 1. und für die 2. Liga. Ich habe dir mehrere Folien vorbereitet, sodass wir einmal komplett drüber gehen, was ist interessant, was nicht und es gibt wieder eine PaySafe-Card zu bekommen. Bleib auf jeden Fall dran, dieser Spieltag hat wirklich so viel Potenzial, ich werde dir auch gleich genau sagen warum, es geht direkt nach dem Intro los. Ich hatte dir gerade schon angedeutet, es gibt extrem viele Wetttipps für den 1. und 2. Spieltag. Letzte Woche war das ein bisschen mau, dafür gibt es jetzt diese Woche deutlich mehr und es ist viel mehr an interessanten Spielen vorhanden. Seit ganz ganz kurzer Zeit sind wir auf Instagram, folgt mir da auf jeden Fall jetzt als erstes at Sportwetten University, kannst du einfach folgen, du wirst dann in den kommenden Tagen angenommen. Der erste Tipp ist Union vs. Stuttgart, ganz wichtig. Ich werde dir zunächst einmal meine persönlichen Prognosen geben und dann, weil ja so viele Likes wieder kamen, wird es auch wieder die Analyse-Tool-Tipps geben. Da haben wir in der zweiten Liga was und in der ersten Liga, die Analyse-Tool-Tipps laufen bis jetzt sehr, sehr gut, bin ich absolut zufrieden mit der Performance. Die normalen Prognosen laufen ebenfalls sehr gut, also die letzten Wochen liefen für uns in der ersten Bundesliga und in der zweiten Bundesliga wirklich sehr gut. Das Ganze steht hier unter der Überschrift Heimstark vs. Auswärtssprach. Ich schaue hier nur die Form der letzten fünf Spiele an, das heißt, das ist einmal die Formtabelle fürs Heimteam und die Formtabelle fürs Auswärts-Team. Wunder dich deswegen nicht, wenn das Ganze bei dir anders sieht. Diese Ansicht kriegt man nämlich nur über den PC und nicht über das Handy, dementsprechend einfach nicht wundern. Wir sehen hier, dass Union Berlin aus den letzten fünf Spielen 7 zu 2 Tore geholt hat. Letztendlich ist Berlin immer noch, also Union immer noch gleich wie vor einigen Monaten. Sie stehen hinten extrem defensiv stark. Zu Hause gefällt mir Union deutlich besser als auswärts, deswegen gebe ich in der Regel nur Wetten für Union Berlin ab, wenn sie auch zu Hause spielen. Stuttgart kommt in den Prognosen bei mir relativ selten vor, liegt einfach daran, dass ich dieses Team wenig verfolge und auch nicht so gut einschätzen kann, deswegen lasse ich es einfach meistens weg. Diese Sache ist aber in der aktuellen Konstellation wieder extrem interessant, da wir eine Quote bei Union Berlin auf den Sieg haben, die einfach uns erlaubt, mit einer Absicherung zu spielen. Ganz wichtig, hier gibt es aktuell große, große Quotensprünge bei Union. Das hat so, ich nehme das Ganze am Mittwoch auf, das hat seit gestern, dem 28. angefangen, dass die Quote auf einmal, davor ist sie gestiegen und auf einmal droppt sie für Union Berlin. Warum ein Quotendrop kommt und sowas, da kann ich nochmal ein Video zu machen, wenn du das sehen willst, like einfach das Video, dann weiß ich Bescheid. Gucken wir uns den H2H, also das ist der direkte Vergleich an, wie sind die beiden Teams aufeinander getroffen und das schauen wir uns die letzten zwei, drei Jahre an. Alles, was relevant ist, wenn das jetzt fünf Jahre her ist, ist es nicht relevant. Wir sehen aber hier, und das ist jetzt die Ansicht für Heim und für auswärts, dass Union Berlin auswärts sowie Heim nicht gegen Stuttgart verloren hat. Und auch das ist, jetzt kommen wir nämlich zu der Prognose von Union gegen Stuttgart, meine Idee an diesem Tag. Die Quote für Union Berlin ist ungefähr auf 2,20 hochgegangen, jetzt aktuell droppt sie wieder, sie ist in etwa bei 2,05. Hier ist es wichtig, wir haben gesehen, Union Berlin hat die meisten Spiele gewonnen, es gab aber auch viele Unentschieden gegen Stuttgart. Und bei Berlin ist es so, sie sind heimstark, ich mag sie zu Hause deutlich lieber als auswärts. Sie sind, und das ist das Krasse, immer noch auf den Tabellendritten, also wir reden hier gerade über einen Tabellendritten, der wirklich so nah an den Topplätzen ist. Also die Quote für 2,05, finde ich, ist deutlich zu hoch, das habe ich bei Union Berlin schon öfters gesagt. Ob sie einen Unentschieden holen oder gewinnen, weiß ich nicht, deswegen würde ich das Ganze mit einer Absicherung anspielen. Das heißt, beim Unentschieden ist die Wette ungültig, beim Sieg hat man gewonnen. Ganz, ganz wichtig, Freunde, Montag müsst ihr einschalten. Brisantes Thema, ich werde dazu ein Video machen, kein Tipps-Video, sondern wirklich wieder ein ausführliches Video, 10, 12 Minuten ungefähr, wo ich über ein ganz brisantes Thema spreche, betrifft euch alle, dementsprechend Montag einschalten. Ich habe euch versprochen, es gibt wieder Analyse-Tool-Tipps. Wenn es keine Analyse-Tool-Tipps gibt, dann ist einfach nichts dabei. Und ganz wichtig, lieber keine Wette als eine schlechte Wette, merkt euch diesen Spruch. Wir hatten in den Analyse-Tool-Tipps jetzt schon mehrfach St. Pauli. Und auch diese Woche ist St. Pauli wieder dabei, aus der 2. Liga, gegen Jans Regensburg zu Hause. Hier ist die Idee dahinter, beziehungsweise was sagt das Analyse-Tool. Die schauen sich nur die Form an und mehrere weitere Punkte, Expected Goals, Torschüsse und so weiter und so fort. Also die komplette Statistik quasi fließt hier in dieses Analyse-Tool-Tipp ein. Und der sagt dann, was besonders auffällig ist und was besonders auffällig gut und was auffällig schlecht ist. Und da ist jetzt eben mal St. Pauli dazugekommen. Analyse-Tool-Tipp sagt hier, St. Pauli Sieg. Die letzten Analyse-Tool-Tipps liefen alle sehr gut. Performance seitdem, wir machen das seit 3, 4, 5 Wochen, ebenfalls gut unterwegs. Es gibt wie immer eine 30 Euro Passive-Karte. Das heißt, du bekommst für deinen Tipp, der richtig ist, eine 30 Euro Passive-Karte für die Partie Bayern gegen Dortmund. Das Topspiel Samstag 18.30. Hier schreibst du deinen Tipp in die Kommentare mit einer Begründung. Zum Beispiel 1 zu 0, weil und dann deine Begründung und schon bist du dabei. Wenn mehrere Leute den Tipp richtig haben, wird das Ganze ausgelost. Freiburg gegen Hertha. Hier ist wieder mal eine normale Prognose. Aber keine Sorge, es gibt auch noch Analyse-Tool-Tipps aus der 1. Liga. Ähnlich wie bei der Union-Partie. Auswärts schwache Berliner treffen gegen recht heimstarke Freiburger. Wichtig hier ist wieder die Formtabelle. Ich schaue nur die letzten 5 Spiele an. Nicht was vor 3, 4 Monaten war, sondern nur was in der aktuellen Zeit ist. 4 zu 17 Toren beim 18. Hertha BSC Berlin in der Auswärtstabelle mit 0 Punkten sind eine Aussage. Dagegen ist Freiburg recht konstant. Jetzt sind sie auf dem 7. in der Formtabelle zu Hause. Es ist immer noch stabil. Sie haben nicht verloren. Sie haben Siege eingefahren und Unentschieden geholt. Und sie sind positiv in der Bilanz. Dementsprechend ist diese Wette hier auch dabei. Und damit das Ganze ein bisschen übersichtlicher wird, habe ich dir einmal links die letzten Spiele von Freiburg gezeigt und rechts die letzten Spiele von Berlin. Beachte, bei Berlin ist das gewonnene Spiel ein Auswärtsspiel, aber ein Freundschaftsspiel. Wichtig bei Hertha BSC Berlin. Sie sind nicht mehr so schlecht wie vor einigen Wochen. Sie sind aber besonders zu Hause gut. Und genau das hatte ich schon vor mehreren Wochen gesagt, dass man zu Hause achten muss bei Hertha BSC Berlin. Wie sind die Fans unterwegs? Wie ist die Stimmung im Stadion? Weil Hertha BSC Berlin zu Hause einen deutlich, deutlich besseren Fußball spielt. Es gibt Teams, die sind zu Hause einfach deutlich stärker als auswärts. Und das trifft bei Hertha zu. Kommen wir zur Prognose Freiburg vs. Hertha. Die Quote ist in etwa 1,70m, 1,75m, meine ich quasi, an dem Tag, wo ich das Ganze aufnehme. Ich denke, Freiburg wird das Spiel gewinnen. Wer möchte, kann sich das Ganze live angucken, die ersten Eindrücke abholen. Ich denke, Freiburg wird aber von der ersten Minute an ordentlich Druck machen. Sollte das gegenteilig sein, kannst du natürlich dann live gegensteuern und in dem Fall einfach keine Wette platzieren bzw. anders handeln. Kommen wir zum absoluten Top-Spiel. Und da gibt es einmal die Bilanz aus den letzten Videos von mir plus meine persönliche Einschätzung. Bevor das aber kommt, haben wir noch ein Analyse-Tooltipp Union Berlin gegen Stuttgart. Ich hatte eine persönliche Meinung dazu. Auch das Analyse-Tooltipp ist hier auf Sieg von Union Berlin. Quasi, weil die Formen, die Statistiken von Union Berlin zu Hause gegen die Formen und Statistiken von Stuttgart auswärts einfach deutlich besser sind. Wir haben hier eine besonders starke Bilanz gegen eine besonders schlechte Bilanz. Ich würde hier persönlich noch das Ganze mit einem Unentschieden-Wette ungültig anspielen, sodass man hier abgesichert ist, da einfach im direkten Vergleich viele, viele Unentschieden auch waren. So, jetzt aber zum absoluten Top-Spiel Bayern Dortmund, wo jeder Fußball-Fan drauf wartet. Dieses Bild zeigt wirklich alles, liebe Freunde. Wir sehen, dass Bayern die letzten Spiele immer gegen Dortmund viele Tore geschossen hat bzw. Dortmund auch getroffen hat. Und jetzt kommt es, schaut euch einfach mal, wenn ihr Lust habt und wirklich Zeit habt, schaut euch mal die letzten Videos von mir an, wo es um Bayern gegen Dortmund ging. Jede Spiel habe ich gesagt, dass Bayern gegen Dortmund beide Teams treffen. Teilweise habe ich auch gesagt, dass über 2,5 Tore fallen. Und jedes Mal war es richtig, obwohl es so ein riesiges Top-Spiel ist, ist die BTS-Strategie. Wir hatten das damals für unsere Kunden, da konnte man den Kurs kaufen, da war auch die BTS-Strategie dabei. Die kann man einfach in jeder Liga anwenden. Wichtig hier bei Siegwetten würde ich wirklich Achtung, Achtung, Achtung sagen. Jeder, der nicht irgendwie im Wald oder sonst wo lebt, hat mitbekommen, dass Tuchel jetzt Trainer ist. Und selbst die Bayern-Fans sagen, dass das vielleicht eher ein Vorteil für Dortmund ist. Ich finde es persönlich auch relativ komisch, kurz vor so wichtigen Spielen den Trainer auszutauschen. Erst recht, weil Nagelsmann ja eigentlich keine schlechte Bilanz hat und alles noch im Rennen ist. Wäre Nagelsmann wirklich jetzt noch Trainer, hätte ich gesagt, dass Bayern sich in diesem Spiel durchsetzen wird. Jetzt mit Tuchel ist die komplette, sind die Karten neu gemischt, keiner weiß es. Schreib hier gerne deinen Kommentar einfach mal rein. Findest du, dass Tuchel als neuer Trainer sinnvoll ist oder hättest du Nagelsmann einfach als Trainer gelassen? Wichtig auch hier, ich habe mir wieder die Quoten von den wichtigsten Buchmachern angeguckt. Und wir haben extrem starke Quotendrops seit der Opening Line, also seitdem die Quoten verfügbar sind. Prognose Bayern gegen Dortmund. Ich beziehe mich hier auf diesen Quotendrop auch unter anderem, denn meine Prognose ist hier, dass beide Teams ein Tor schießen. Die Quote ist schon gefallen. Ich denke mal, sie geht weiter. Sie ist ungefähr bei 1,55. Aktuell, sie war auch schon auf 1,63. Ich denke mal, bis kurz vor Anpfiff wird sie auf ungefähr 1,45 weiterfallen. Noch ein Analyse-Tool-Tipp aus der ersten Liga. Auch hier hatte ich was zu gesagt. Teilweise überschneidet sich es einfach. Das ist einfach so. Dennoch ist es ja eine wichtige Info für dich, dass das Analyse-Tool hier auch wieder eine Meinung zu hat. Wieder das gleiche. Starke Freiburger gegen eher schwache Berliner auswärts. Dementsprechend gibt es hier einen krassen Unterschied und dementsprechend Sieg für die Freiburger. Ich glaube, 1,70, 1,75 war die Quote. Wenn du es noch nicht getan hast, folg mir gerne auf Instagram. Da kommen echt, also wir haben geplant, viele Einblicke in unsere VIP-Gruppe, in normale Wetten und so weiter. Auch für Bundesliga und Co. Folg da ganz einfach. Du wirst dann in den nächsten Tagen angenommen. In dem Sinne, liebe Grüße und viel Erfolg. Kommen wir noch zur Auslosung von der letzten Partie. Bayern gegen Leverkusen. 2 zu 1 hat Leverkusen gewonnen. Jetzt schauen wir mal, wer sie bekommen wird. Leverkusen, ich sage 2 zu 1 für Leverkusen. Das ist der richtige Tipp. Andreas, du hast gewonnen. Und vor allem, Andreas, vielen Dank. Du passt immer auf, dass keiner hier die Kommentare bearbeitet und so weiter. Vielen lieben Dank dafür. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.